Hallo und Willkommen zu Couch Gaming Deluxe. Wieder der Noob and the Dude mit mir, dem Dude und dem Noob, der Aline. Hallo Aline, schön, dass du wieder Zeit hast für ein bisschen Couch Gaming. Das freut mich ja auch. Du warst ja schon lange nicht mehr hier bei mir auf der Couch. Wir haben noch eine vegetarische Rechnung offen. Wir haben es nicht vergessen, Best Out of Seven. Es sind noch drei Spiele eigentlich zu spielen und ich will ja noch was tun. Ich will ja nicht, dass Aline hier so für Bummen in ihrem sexy Krankenschwesterkostüm antanzt. Ganz kurze Frage. Ich meine, du bist ja jetzt eine ganz spezielle Art von Gamerin. Du bist Vegetarierin, du bist gutaussehend und du bist heterosexuell. Wie funktioniert das alles? Tja. Lass uns jetzt bei einer Partie auch diskutieren. Wir spielen Super Puzzle Street Fighter Turbo. Ne Quatsch, wir essen doch mal. Geh mal kurz die Hülle. Aus dem hier. Nämlich Super Puzzle Fighter 2 Turbo HD Remix. Und es ist eine Tetris Variante. Nur in diesem Fall, das kennt man sicher aus, ich glaube Tetris 2 oder sowas mit dem Multiplayer. Wenn ich bei mir Steine abbaue, dann werden die bei der Aline draufgeschüttet und andersrum. Und als Street Fighter ist es wichtig, dass wir Kombos generieren. Wir versuchen so viele Farben wie möglich zu blöcken zusammenbekommen. Und immer wenn ein runder Stein runterkommt und der berührt den Block in der entsprechenden Farbe, dann verschwindet der und erscheint auf der anderen Seite. Wir versuchen natürlich fette Kombos zu machen. Und hier auf dem Bildschirm sieht man schon, wenn ich hier die Charaktere auswähle, dann hat jeder hier seine entsprechenden Counter Gems. Das heißt, alles was ich bei mir abbaue, kommt in der Farbenpracht dann drüben an. Und ich nehme am liebsten Shenko und Aline nimmt Chun-Li. Wir machen Best of 300. Ich bin ja ein Meister in dem Spiel. Ich habe das ja wirklich sechs Wochen unentwegt gespielt. Jeden Tag, während ich meinen Vater zum Arzt gefahren habe. Und da habe ich stundenlang warten müssen. Rufen. Ich werde jetzt mal ein paar ganz blöde Kombos starten. So, jetzt kommt gleich drüben bei Aline zwei Sachen runter. Man sieht es immer rechts oben. Ja. 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 So, jetzt habe ich gleich hier schon einen Viererblock zusammen. Wenn man genau zuhört und zuschaut, dann sieht man auch die Angstperren auf Alines Stirn. Oder auf meiner, je nachdem. So, jetzt sieht man es. Ich habe das jetzt weggesprengt. Da, ich baue ganz, ganz arg fette Kombos auf. Wahnsinn. So, Aline, wir sind jetzt gleich ganz arg kritisch für dich. Siehst du schon den grünen Block? Oh je. Ja. Bäm. Oh meine Gott. Ja. Obwohl ich jetzt nochmal gerade so gesagt habe. Und zack, rein mit. So. So, und jetzt kommt was ganz spezielles. Jetzt kommt mit Diamant. Und alles, was den Diamant berührt, das verschwindet dann entsprechend. Super, jetzt kann ich nicht gelb anwählen. Das macht aber nichts. Jetzt berühre ich mal blau. Alles blaue verschwindet. Und es kommt dann entsprechend bei der Aline runter. Und Aline hat mich zerstört. What the fuck? What the fuck? Ich war schon bis ganz oben. What the fuck? Fuck! Also, ich habe das Spiel gewonnen. Nix. Am besten, wir spielen, wie viele Runden spielen. Wir spielen ja nur eine Runde. Ne, das sind ja Best Out of 300. Also, die war gut. Hey, ich habe das so mischt gebaut. Ja, ja. Oh, ja, oh, ja. Ich habe es so mischt. Oh, ja. Ne, ja. What the fuck, hey, echt? Das ist ja netter. Das ist ja netter. Ich habe dich gleich mal eingeschüttet. Ist ja, so eine Dreierrunde ist das immer. Ist ja wie bei einem Street Fighter Mesh. Das Beste aus drei eigentlich. Naja, aber jetzt, ähm, keine Gnade von mir. Das wird mir nicht noch mal passieren. Ich gehe mal gar nicht. Hey, als Aline gerade immer gewohnt, ich bin perplex. Hey, jetzt kommt es gleich so zurück. Zack. Zack. Die Ende ist nahe. Ich drehe auf. Ey, Aline, was machst du da? Uff. So, jetzt, jetzt, jetzt. Nein, 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 ich habe es falsch, nein, ich habe es falsch getroffen. Aber jetzt, ja, und jetzt, pass auf, wusch. Oh. Ja. Ich habe schon so große Steine weggehabt. Das spiel man fair hier. Mach ich doch auch. A rematch. Ja. Ja. Jetzt, äh. Mit dem sollen wir machen, sollen wir fünf, sollen wir fünf Runden machen? Ähm, eigentlich entscheidet sie es jetzt nach der Runde, oder? Ja, nach der dritten. Okay. Das ging schnell. Scheiße, jetzt habe ich da schon komisch. Der Akuma. Ja. Kannst du da mit B nochmal zurückgehen? Nee, B. Nicht? Na, muss ich. Ja. Ich nehme auch irgendjemanden. Ich nehme, äh... Nein. Was? Moment, ich würde ich wollen. Der hat schon gehabt. Ich nehme Saku da auch. Der hat einen supergeiler Soundtrack. Ja. Ja. Ich nehme mal, dass du vielleicht auch noch eine Chance hast. Vad ist denn? Ich nehme an. Ich nehme an. Du, 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 du. ist sicher das was ich drüben aufbau Ich bin ganz entspannt Soll ich dich in den Arm nehmen? Ja, und es hat sich relativ schnell entschieden Ja, schade Also, die Runde ging an mich Und ich möchte noch mal ein Rematch ganz außerhalb Ja, machen wir mal Ich möchte noch ein Rematch haben Ja, doch Okay, also Charakter-Select Wer ist hier der Super-Puzzle-Street-Fighter-2-Meister? Wer? Wer? Ja, bis jetzt Wie konnte ich da nicht Akuma auswählen? Der Stock kam mit da Ja, mit wie? Kumulashitsu Ah, okay, ja, das greizt, ich nehm, ja, das bin ich eins, ich nehm wieder Sakura, Sakura. Wahrscheinlich hab ich dann gewonnen, weil ich so gut war. Du hast verloren. In meiner Elfchen. Ja. Ich hab dir ja schon mal erklärt, wie die Strategie funktioniert, du musst an der Seite hochbauen. Oh, sagst du erst jetzt? Das hab ich ja letztes Mal aber gesagt. Hast du doch auch gegen den Haiku gewonnen. Ja, gell, das wünsch ich dir, den Knapschlechtern. Ach, jetzt, okay, jetzt war ich. Ja, ich krieg zwei Stück. Ja, ja, ich will meinen auch wieder entspannen. Was? Einspannen. Ah, da haben wir mir was aufgespart. Boah, ich nehme mal was rotes. Man sieht es auch schön, alles was blau ist und miteinander verbunden ist, das wird dann automatisch abgegrast. Ach, jetzt habe ich wieder keine Chance. Ah, okay, kommt schlecht. Aber jetzt kann ich gleich mit meinem Diamant rot berühren. Zack. Und jetzt, Ende. Ich habe gar keine Diamanten gekriegt. Ja, weil ich habe ja die Sache schneller runtergezogen als du. Ja, stimmt. Wir kriegen ja beide immer das absolut gleiche. Ja. Oh, möchtest du noch ein Rematch? Ja. Ja, okay. Ja, ja. Soll ich irgendeine Andung nehmen? Ich glaube, ist das gut oder nicht? Ach, guck, ich bin da jetzt immer weiter nach... Ja, ich bin irgendwie hier nach links gegangen oder vorne mal bin ich, habe ich's... Nein, ist ja egal. Okay, ich nehme jemanden anders. Äh, nehme ich der Riu. Der Riu! Du musst an der Seite hochbauen. Ja, habe ich, habe ich. Ja, ja. Ich habe mich mal als kein Diamant gekriegt, ja. Ja, und? Das kann man auch nicht Diamant machen. Das schaffst du. Jetzt zusammen. Hey! 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 also ich hab das stundenlang auf meiner psp spieler nirgends ergeben ja ja aber es ist ja nichts anderes wie imität ist auch einfach steine zusammenführen ja wenn es hier schon es passt schnell nach unbezieher verzogen jetzt kommt noch was was mache ich jetzt ich habe diamant okay ich würde sagen das war jetzt ganz eindeutig ja vielen dank beim zuschauen bei dieser folge the noob and the dude aline hast du irgendwas jetzt gelernt ja was denn du bist unbesiegbar du lässt mich höchstens das erste spiel ich hoffe ihr schaut bei der nächsten folge rein wenn es heißt aline verarbeitet mich zu hackfleisch was eigentlich nie passieren wird weil hackfleisch vegetarierin verstehen sie hackfleisch vegetarierin es wird schwierig anyway vielen dank fürs zuschauen und wenn es euch gefallen hat und ihr wollt noch mehr episoden mit mir und aline sehen dann like kommentiert abonniert verzweifelt kommt wieder ja und vielleicht sitzt eines tages aline hier im scharfe krankenschwester outfit und sagt so jene setzte wie her doktor bitte einmal zur visite anyway also vielen dank und bis dann tschüss tschüss und bis dann